dieser stadt hier macht mich gelaufen diesmal laufen wir hier es 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 kommt rein komm doch rein komm, 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 komm noch einer vielleicht kleinen ihr habt mir vorhin schon gereicht so und ich schieße es auch keine pp mehr sondern ps reicht einmal so So, ich habe jetzt noch ein paar Hände. was nur noch 4 von 400 ich nehme mal die AGN raus hier nicht dass ich die hier gegen das Fenster feure und mich direkt damit selbst in die ewigen Jagdgründe schicken und mich direkt mit dem Das ist dann wieder. schleicht noch einmal was überholt und dann und 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 Das war's für heute. Was denn? So, jetzt müssen wir noch am Peer markieren. Ach, siehst du, ich wollte ja noch mal gucken, ob man jetzt endlich mal einen Backblock hier bekommt im Auktionshaus. Oder habe ich schon am Peer markiert? Ich glaube nicht. Ach, ich glaube nicht. Das war's für heute. Wir können eigentlich auch mal wieder in die Tankstelle reingucken, da hinten gibt es ja auch mal guten Loot. Das war's. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ich ihn aber auch nicht den Schädel weggeschossen habe. Das wundert mich auch irgendwie ein bisschen. Das sieht ja richtig genug aus. Oh yes, oh yes. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das springt. Ich sehe nichts. Das war's für heute. Was zu trinken unbedingt. Das war's für heute. So, jetzt kann ich die Granade noch nehmen. So, ich wollte hier mal... Ja, wir müssen erst mal gucken, wo der tot ist. Dann muss ja hier irgendwas sein. So, ich weiß nicht. 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 So, ich hab noch Kanaden gebraucht. So, ich weiß nicht. 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 gut wohl noch erschossen Oh. Die könnte man auch mitnehmen. Da kann ich dann gleich meine Skeptarkt machen mit der Waffe. So, ich muss ja etwas platzieren. So, ich muss ja etwas platzieren. So, das weg. Das weg. Die Rubel weg, die Chainlets weg. Das weg, das brauche ich. Die Bandagen weg. Alter. Was ist das denn schon wieder? Mann, hör doch auf. Was geht das denn aber schon wieder los? Was? Ne, er packt es einfach über Salewa drüber. Oh. Boah. 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 60 Kilo. Okay. Damit lässt es sich bearbeiten. Oh, da haben wir die Quest. Da haben wir zwar nicht eben Dings oben. Oh, okay. Sagt drin Ressort, aber müssen wir jetzt auch nicht mehr. Dann können wir gut. Sagt die Zeit. Oh. Oh. Boah. 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 Jetzt wird wieder ein weiter Fußweg. Jetzt wird wieder ein weiter Fuß. so raus 1 2 3 4 5 ok und doch mehr Skepsis als ich dachte und doch